Ich habe gesagt, doch, kann gefallen und dann hat es mein Schwager auch gehabt und mein bester Kumpel auch. Naja, und dann habe ich, glaube ich, das Let's Play auch, aber ich habe es, glaube ich, bei meinem Schwager ein bisschen gesehen. Dann habe ich das Let's Play angefangen zu gucken, habe ich das angefangen zu gucken und habe dann abgebrochen, irgendwie so war das. War schon recht interessant. Für mich jedenfalls, für euch, jetzt wahrscheinlich eher weniger. Aber gut. Na komm. Und die Gargoyles Musik. Unaufhörlich, unerbittlich und richtig laut aufdringlich irgendwie, ich weiß nicht. Die 8-Bit-Mucke ist immer irgendwie so ein bisschen laut, oder? Natürlich mit ihrem ganz eigenen Charme, aber laut irgendwie. Also, ich glaube, Fallout 4 schaue ich mir definitiv mal an. Mal gucken, ob ich irgendwie, naja, halt Kumpel oder so auffinde, der es hat, wo ich mir da mal reinschnuppern kann. Klar, ich kann natürlich das Let's Play gucken von Gronkh oder halt dementsprechend irgendjemand anderen, aber zugucken und dann selbst irgendwann mal spielen, ist natürlich halt was ganz anderes, ne? So. So, und diese Etappe, das ist eine kurze Etappe. Und jetzt komme ich hier nicht mal rein, richtig? Bäh. So. Bäh. Okay. Machen wir das mal eben schnell. Mal eben schnell. Auf jeden Fall werden wir definitiv, ich weiß nicht, oder jetzt sind wir schon in der zweiten Folge dieser Session. Na. Also, wir werden definitiv, denke ich mal, in dieser Session, je nachdem wie viele Folgen es werden, noch fertig. Oh. Guck an. So, und was wir dann machen, das ist natürlich die Frage, ja, wenn wir die Verbindung haben, ob wir dann erstmal zum Second Life Gebiet gehen und da wieder alles neu aufbauen, oder ob wir erstmal im alten Gebiet, ich glaube, ich gucke mal erstmal im alten Gebiet, da haben wir auch noch hier die ganzen Bäume, die wir in den letzten, naja, in den letzten Folgen vor der großen Pause gemacht haben. Da habe ich auch Bäume gefällt und alles ein bisschen in Ordnung gebracht. Unsere kleine private Bude, unser kleines Häuschen da ein bisschen versucht zu verschönern, dass ich da mal vielleicht ein bisschen was mache. Gucken wir mal. Na, hallo. So, und auch hier wieder, ich finde es mega. Ja, also ganz ehrlich, ich finde das richtig wahnsinnig irre. Ich mag das. So, komm, uah. Da wollte ich hoch hinaus und fast aufs Maul geflogen. So, bis hierhin haben wir. So, das geht jetzt irgendwie gefühlt, also die letzten Folgen waren für mich persönlich ein bisschen schwierig, muss ich ja zugeben. Ja, obwohl hier wieder mit Treppen, muss ich gucken, wie ich das mache. Aber das schaffen wir schon. Na, komm. So. Das ist wieder ein bisschen Konzentration auf das Spiel. So. Rest machen wir gleich. Hilfe. Na. Ach, guck an. Hier habe ich noch gar nicht weggemacht. Schande über mich. Ich sage immer Schande auf mein Haupt. Das stimmt doch gar nicht. Schande über mich oder Asche auf mein Haupt. Schande auf mein Haupt. Hat auch nicht jeder Schande auf sein Haupt. Ob man das will, ist natürlich die andere Frage. So. Bäh. Und wieder kommt Ultima 9 mit Stones. Oder Ultima mit Stones. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur Ultima 9 vorbehalten war. Ne, glaube ich nicht. Das war generell öfter mal. Ultima habe ich auch nie gespielt. Ja, ich weiß. Ihr Rollenspielliebhaber, ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich gerne lünchen. Verständlich. Ich kenne das ja selbst, wenn ich irgendwelche Spiele richtig feiere. Dann kommt irgendjemand und sagt, das kenne ich schon nicht. Das habe ich noch nie gespielt. Alter, kräuselt es sich bei mir auch. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ist ja gut. So, ich mache jetzt erstmal bis hier. Ich bin mal vor allem mächtig gespannt. Gut, jetzt WoW mit Rollenspiel irgendwie in Verbindung zu bringen. Ist ja mittlerweile, glaube ich. Boah, keine Ahnung. Macht man ja nicht, ja. Aber jetzt, ich kam halt auf den Gedanken WoW. Und da bin ich immer gespannt, wie das neue Add-on wird. Ja, also Draenor hat es ja wahrscheinlich, so wie es aussieht, hat es Draenor verkackt. Ich habe Draenor ehrlich gesagt, ja, verpasst. Also ich habe es mal angespielt. Hat jetzt nicht so den Reiz gehabt mit einer Garnison und so weiter. Ja, kann man machen. Soll Housing ersetzen. Aber scheinbar nicht so, wie die Leute sich das vorgestellt haben. Ich persönlich muss auch gestehen, WoW und Housing war jetzt nicht wirklich so auf meiner Wunschliste. Ja, ganz ehrlich. Weil Housing muss ich nicht haben. Ganz ehrlich. Ich weiß, bin ein bisschen komisch, aber naja. Ach nee, hier haben wir das ja anders gemacht. Ich bin doof, Entschuldigung. Hier kommen ja die Dinger nach oben. Stimmt, ganz genau das meinte ich ja. Wenn das jetzt hier so Dungeon-mäßig ist. Naja, egal. So, plopp. Ja, wie gesagt, mit Legion will man ja alles anders machen. Aber diese Versprechen hat man ja auch zu Genüge schon bei Warlords of Draenor gehört. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich lasse mich da überraschen. Legion hört sich für mich auf jeden Fall besser als Warlords of Draenor. Und allein schon wegen der Rückkehr von Illidan wird das Add-on gekauft. Ja, ich bin ein Illidan-Fan. Gebe ich offen zu. Ich mag diesen Charakter. Ob jetzt wirklich ja jeder als Illidan rumlaufen muss, diese Auslös-Illidans, diese Dämonenjäger, weiß ich nicht. Es hätte mich nicht gestört, hätte man jetzt keinen Dämonenjäger mit ins Spiel integriert. Ja. Aber gut, jeden das Seine. Viele mochten die Pandaren nicht. Ich persönlich mochte sie. Oder mag sie. Mag sie ja immer noch. Ist natürlich alles Geschmackssache. Und darüber lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. Nur was ich schade finde, ist bei WoW immer dieses ewig leidige Thema. WoW stirbt und das ist nicht mehr wie früher. Natürlich ist es nicht mehr wie früher. Ja, ich meine, wir haben jetzt insgesamt zehn Jahre WoW. Und ich meine, nach zehn Jahren und immer noch mit so und so viel, ich weiß nicht, sechs Millionen aktiven Spielern oder aktive Abonnenten, ob die jetzt wirklich auch spielen, weiß man nicht. Das soll mal ein Spiel nachmachen, ein MMO. Ganz ehrlich. Ob man WoW mag oder nicht. Ob man die Politik hinter Blizzard mag oder nicht. Aber zeigt mir ein MMO, das sich auf diesem Niveau über so lange Zeit gehalten hat. Kein anderes. Und ich meine, wenn man von über fünf, sechs Millionen Abonnenten spricht und dann sagt, WoW stirbt, dann hat für euch scheinbar kein anderes MMO jemals existiert. Ganz ehrlich. Was aber auch okay ist. Ich meine, jeder hat da seine eigenen Vorlieben. Ich meine, viele spielen Guild Wars und lieben es und sagen, WoW ist der letzte Dreck. Ja, natürlich. Kann ja auch jedem so, wie er gerne möchte. Ich muss mal ganz kurz. Wir strecken. Autsch. Aber wie gesagt, wenn man es jetzt halt ganz objektiv betrachtet, der Erfolg spricht für sich. Ja, und da kann man, ob man neidisch ist oder nicht, müsste man eigentlich neidlos anerkennen. Guckt euch das an. Da hinten. Hä? Hä? Da hinten? Hallo? Guckt euch das an. Das ist Wahnsinn. Was sie da schon alles auf den Boden gestampft haben, habe ich schon mal gesagt. Entweder in dieser oder in der letzten Folge. Aber es ist ja so. Was man da alles... Hallo? So, und wir müssen hier definitiv Fackeln anbringen. Das geht so nicht. So. So, dann machen wir hier ne Fackel. So, und... Und hier ne Fackel. So, dann haben wir hier so schöne Beleuchtung, wa? Warte mal, machen wir das symmetrisch. Wir sind hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Gut, dann haben wir hier eins, zwei, drei. Dann machen wir hier auch. Eins, zwei, drei. Machen wir das halt hier. Ja. Ups. Entschuldigung. So, ist mehr oder weniger symmetrisch. Hä? Schon wieder dieses chinesische Dings? Oder asiatische? So, kommt man jetzt hier. Warum? Ich bin so ein Blödmann. So, jetzt muss man aber von hier wieder... Wääh, ist ja doof. So. So. Okay, hier ist Standard. So, von hier aus machen wir jetzt wo dicht? Das ist die Frage. Jetzt bin ich wieder ein bisschen ruhiger und konzentrierter, weil... Ihr wisst es doch. So, ab so kann ich nicht. So. Hier müsste ja eigentlich auch Decke sein, ne? Aber die Decke müssen wir ein bisschen anders gestalten. Ich überlege gerade, wie wir das machen. Weil ab hier ist ja wieder... So und so, ja? Hier auch. So und so. Und so. Natürlich. Dann haben wir hier... Na komm. Nein. Hörst du wohl auf? So, dann haben wir hier wieder die ganz normalen Seitensteine. Und hier. Ja, die Übergänge sind immer ein bisschen blöd. Dann müssen wir es quasi durchgehend machen. Beziehungsweise so. Kommt man so durch. Ich würde sagen, bevor das so ätzend aussieht. So. Das sieht aber auch kacke aus, ne? Geh mal weg hier. So. Dann so. Und dann so. Das ist dann so eine umgekehrte Treppe haben, ja? Und dann müsste das hier so rund... Boah, weiß ich gar nicht, wie wir das machen. Ne. Gucken wir runter. Jetzt muss ich gucken, wie wir das hier angleichen. Sorry, wenn ich wieder ein bisschen still bin. Aber ich bin neugierig. Weil es muss ja hier auch runtergehen. Ist ja nun mal so, ne? Was ist okay? Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Wollen wir jetzt so machen und so machen? Und so und so. Und so und so. Klappt das? So, wir machen es jetzt erst mal hier so. Gut. Ich probiere einfach mal. Ja. So. Und dann natürlich dann... Hier. Ne, Moment mal. Stopp mal. Können wir das so machen? Moment. So, 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 so. Eins, zwei, drei plus Decke. Wo bin ich? So, eins, zwei, drei. Plus die Decke. Also hier wäre ja natürlich... Alter! So, und dass wir dann hier die Decke wieder zimmern. Ja. So, kann man so machen. Fände ich jetzt nicht schlecht. So, und hier könnte man aber wieder ein bisschen... Ja, Moment. Ich mache das mal eben. So, 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 so. So. So.